Hallo zusammen! Hat seinen Front-Spoiler verloren. Ein Dreher in Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen! Arnoux. Hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Nannini. Hat seinen Front-Spoiler verloren. Patrese. Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 3. Jacques Lafitte. Hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Yuanso. Hat seinen Front-Spoiler verloren. Strife. Hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Theophabi. Hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Latus. Steht an der Box bereit. Die Hebe. Steht an der Box bereit. Ferrari. Steht an der Box bereit. Heroes. Steht an der Box bereit. Irre. Steht an der Box bereit. Die Hebe. Steht an der Box bereit. 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 Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelben Flaggen. Nigel Mansell hat seinen Front-Spoiler verloren Alvoremi ist jetzt 9er, direkt vor dir Du bist jetzt 10er Nummer 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 Miquel Alvoredo Williams steht an der Box bereit Steht an der Box bereit Benetton steht an der Box bereit Arrows steht an der Box bereit Branden Ist jetzt vierter, weniger als drei Sekunden vor dir Du bist jetzt vierter Das ist die letzte Runde, nicht anhalten Die fünf, weniger als drei Sekunden vor dir Du bist jetzt vierter, weniger als drei Sekunden vor dir Du bist jetzt vierter, weniger als drei Sekunden vor dir Untertitelung. BR 2018 Capelli hat seinen Frontspoiler verloren. Capelli hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Nelson Piquet hat der Schönen gewonnen. Brandl beendet das Rennen auf dem vierten Platz. Alan Jones wurde fünfter. So, das Rennen ist vorbei.